E.A. Sport. To the game. Der Skow-Kanal. Und heute, wie ihr schon gesehen habt, ich hab im DFB-Pokal Viertel- oder Halbfinale? Ne, Viertelfinale. 2-2 gespielt, aber im Elfmeter habe ich bestimmt zu viel gewonnen. Wie gesagt, im Elfmeter bin ich einfach nicht zu halten. Und jetzt geht's nach Stuttgart. Okay? So. Gegen VfB. Gestern gab es das Video mit den Star Wars Rebels. Jetzt zum Star Wars Sonntag. Ich hab' mir in der Abwehr ganz schlau noch. Uuuuuh. Was will denn mit Schleiser hier? Okay. Profi bewölkt für Minuten. Live von den Barb. Wie immer. Plötzlich geht's nach Stuttgart. Und jetzt. Meine Warze. Ist fast weg. Mit dem Warzenentfeller. Weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt bei den Videos. Ich hoffe nicht. Ich hab' mir gedacht. Einfach egelhaft. Einfach egelhaft. Okay. So. Jahrhundert. idać. Das war dein Spiel. Wie jetzt geht's? Wie geht's? Ja. Fauxよね. Wie geht's? Die Mahler, ich bin jetzt mal mit ihm. Das wäre echt verfickt. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich im Halbfinale vom DFB-Pokal hier antreten muss. Weiß ich gar nicht. Im letzten Let's Plays Part 10, da musste ich ja übste schneiden. Und weil ich eben so einen scheiß Speicher habe. Ich habe keinen SD-Coder oder sowas. Und da habe ich auszusehen immer was weggeschnitten. Da habe ich das mal weggeschnitten. Deswegen gab es da drei Teile. Und gestern bei den Stars Ribbles gab es ja auch zwei Teile. Da wollte ich gerade eben schneiden. Mit dem hier im Heft. Da wollte ich das gerade einsortieren. Und da habe ich wieder irgendwas weggeschnitten auszusehen. Und da war da wieder das. Oh, das ist ganz schön aufwandig. Aufwand. Aufwand. Erstmal sehen, dass ich hier abwehre. Und jetzt erstmal ein Tor schieße. Alter. Boah, Alter. Kloppt. Da reinmachen müssen. Das ist echt mal hier, Alter. habe ich gerade einen Tor schiehen. Oh, hauptsache kein Konter. Ich hasse Konter wie die Pest. Heute ist ja Montag. Und bestimmt wie jeder. Ich hasse Montage. Die Woche fängt wieder an. Scheiße Schule fängt wieder an. Aber naja, ich kann mich ja jetzt aufpäppeln. Wenn ich jetzt ein Tor schieße. Ich habe eh bis das Null-Box-Syndrom in der Schule. Weiß, meine Mutter sagt, mach mal mehr Schule als für die Videos. Aber nie Videos für meine lieben Abonnenten. Und für die lieben Zuschauer, die wir jetzt gerade hier zusehen. Und für die und hier auch wirklich... Und für die Leute. Ich muss das Null-Box-A характер. Und für die Leute sch-Ach 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 sch-Ach. Oh Alter, ich kann überhaupt keine Freistöße, die man hier, ich kann das einfach nicht, schon bei 4 auf 13, als ich vor zwei Jahren gespielt habe, 4 auf 14 habe ich nicht, also ich wechsle mich immer ab mit allen zwei Jahren, also das nächste FIFA kriege ich erst wieder FIFA 17, weil das ist eigentlich sinnlos, jedes Jahr ein anderes FIFA, Beispiel, ich kriege nächstes Jahr FIFA 16, das wäre ja total sinnlos, weil das war eigentlich dasselbe, wegen den Transfers und so, das sind eigentlich alles noch dasselbe, deswegen alle zwei Jahre finde ich es irgendwie besser, auch die Veränderungen alles, und ja, 5 Minuten, Alter, gib mal ein Auto bis dort, so Levi, da kann sowieso nicht backen, verletze mal weiß ich, durch die Kraft aus dem Inneren, oh Alter, hat Zeit, okay, aber ja, hat Leverkusen, auch Alter, das will ich mal, echt beklebt, das ist ein Schweinsteiger, Levi, so los, macht doch mal jetzt hier Levi, guck mal, da kann ich überhaupt nicht backen, da kann bloß das, das ist so ein scheiß Turm, ist eigentlich Stuttgart schon abgestiegen, weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall Freiburg ist abgestiegen, das weiß ich, Hamburg hat sich dann noch gerettet, ob Stuttgart abgestiegen ist, keine Ahnung, müssten die eigentlich, so schlecht wie die ich gespielt habe, ich will jetzt auch mal auswechseln, wir waren doch 0-0, Alter! Okay, Gibberi, was ist denn los? Bitte. So, los, Thiago. Bistisch. Bistisch. Dann fängt er ernst. Alter, spackt er mal. Der Einzige, der hier total schnell spacken kann, ist Gibberi. Und das gerade am Ball. Wenigstens 1-0. Feuer, los, komm. Oh, komm. Was ist denn los? Was ist denn los? Oh. Oh. Oh, fickt das Tor. Ha. 1-1. Loser. Komm, man muss das 1-2-1. Genau, 1-2. Genau, 1-2. Fucko. Gibberi, ich kann mir das jetzt überhaupt nicht leisten. Ich finde es auch dumm, dass bei der ersten Saison, wenn man die spielt bei 4-15, dass da kein Nix scheint, wenn das Leben mit dabei ist. Da muss man sich erst qualifizieren. Bin ich auch irgendwie dumm. Können wir da gleich mit einbauen. Letzte Chance nochmal. Im Eckball. Shit, 1-1. Hoffen wir, dass Limogusen verloren hat. Bam, bam. Ha, die haben Unentschieden gespielt. Puh, Gott sei Dank. aber sache leverkusen verloren und ich bin jetzt hier okay das spiel ist für mich selber gegen hamburg und dann geht es mit euch weiter gegen wohn mal gucken ob man ja gegen das machen kann jetzt sie gut aus ja wir können zusammen machen hamburg auch habe ich sehe noch ich hoffe ich kriege noch eine